Boah, ich mach noch kurz die Fahndung weg, der Typ geht mir auch nen Sack. Was? Na gut, jetzt wäre er erst weg, wir haben ziemlich bescheuert. Das war ne Tankstelle. Alter, was kommt denn hier für Sachen, Alter? Ey, ich hab übrigens den Grafikfehler gerade. Ne, ne, das ist... Oder hat das gehört... Das gehört dazu, glaub ich. Alter, chillt mal ne Runde. Okay, olle Fotze. Fuck, Alter, ihr glaubt... Das war übrigens gerade meine Superkraft, die ich hab durch diese Superkräfte-DLC. Ich hab übrigens den Grafikfehler oder das Spiel gehört echt so? Das Spiel gehört so, ich seh's nämlich auch. Oh, fucking shit, ey, wie geil ist das denn? Boah, die Atombombenfähigkeit, da ist schon ein bisschen... Ich glaube, wir haben die Simulation etwas regiert. So ein bisschen, joa. Boah, jetzt gibt's gleich volles Chaos, sobald ich meine Fähigkeit hab. Alter! Alter! Ich werd hier mit... Alter! Verpasst euch! Das bin ich, ne? Mann, das macht so ne Kettenreaktion. Oh, ein Penetrator! Wie? Ein Zildo-Schläger! Oh. Hier. Ja, den gibt's, gibt's den noch als Waffe? Da haben sie ihn schon nicht mehr drin. Ach, den gibt es noch. Los, das machen Chaos. Fuck! Ich liebe diese Fähigkeit. Die ist so krank, überpowered. Leute, gut über die Augen an. Woaah! Gott, ich hab's mir da auch mal mit Schlackerarmen angegriffen, ey. Ich muss ja echt aufpassen, wo die ganze Explosion losgehen, ey. Ja, das bin ja ich. Ja, das mein ich ja. Ähm, übrigens, was hab ich dir schon gesagt, dass bei der Dubstep-Kanone, äh, auch die Autos tanzen. Ja, hast du mir nicht erzählt, aber ich hab's selber schon herausgefunden. Es ist voll die überbauten Fähigkeit. Oh ja! Geschafft! Oh, tut mir leid. Was sollen wir initialisieren? Gehe jetzt im Ziel. Boah, ne. Ich will jetzt nicht, dass bei mir hier irgendein Scheißdreck sendet. Wenn ich die Aufnahme unterbrechen muss für die Person, dann hat sie einen Block. Ich mag es nicht, wenn man's spammt. Klau das Fahrzeug, okay. Oh ja. Ja, bei dir steht was, bei mir nicht. Ich, 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 ich glaub, der war jetzt der. Alter, kryptisches Ding. Wie konnte man sich fahr... Ähm, ich glaub, in den du in die Werkstatt fährst, einmal. Verteidige mal das Fahrzeug. Ach so, jetzt ist ja Pause. Äh, 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 du bist witzig. Was, was hin geht's denn da jetzt? Also gleich, gleich, also gleich bilden ich die Aufnahme und dann grad der Typ im Grupp. So, bei zwölf Nachrichten gibt's auch's auf den Sack. Junge, Alter, was die Leute mir so stressen müssen. Nee, sorry, der ploppt mir da irgendwelche Dateien, glaub ich, grad, aber nein, das nervt. Äh, allgemeine Tasten. Rekrutieren, entlassen, Y machen. Also jetzt nervt's. Telekinesisch, Dampfer, Buff, nächste Kraft, Radiosender. Was regelt's du denn da jetzt? Konntest Autos speichern. Ja, du musst nur einmal in die Dings fahren, in die Werkstatt. Nee, aktuelles Fahrzeug scannen, N. Ach so. Dann hast du's direkt gespeichert. Geht hier aber bei dem anscheinend nicht. Was mich auch nicht sonderlich verwundert. So, jetzt hat er, jetzt hat er ein Problem. Sobald ich die Mission weg hab, mach ich kurz den Cut und dann hat er, dann blocke ich euch den. Weil das geht mir auf den Sack. Ich hasse es, wenn mich Leute zuspammen. Wenn man mir was senden möchte in dem Text, dann muss man bitte dazu schreiben, was man möchte. Und fragen, ob ich da aber Bock drauf hab. Ja, die meisten schicken einfach so, ne? Ohne zu fragen. Und so Leute, die mich per Mal anrufen, oder Leute, die mich in irgendwelche Gruppenkonfis ziehen. Oh, das ist immer hammernervig. Bei Gruppenkonfis bin ich am schlimmsten. Wenn mich zweimal in so eine 50-Mann-Konfi reinzieht, hat er direkt einen Block. Das ist mir auch scheißegal, wer das ist, auch wenn ich die Person wirklich gut kenne. Ja, das stimmt. Weil das geht mir auf den Sack. Ja, gibt nichts Schlimmeres. Wir sind mittlerweile bei 16 Nachrichten. Mag, ja, was will der Typ denn? Mir auf den Sack gehen. Ja, ich merk das schon, das nervt ganz schön. Leute, ich mach kurz nen Cut, Moment. Zu Bett. So, Leute. So, es war ne Gruppenkonfi. Jetzt gibt's bald Probleme. Für die Person. Okay. Triff dich mit Keith auf dem Schiff. Sehr schön, jetzt müssen wir uns ja mit zwei Leuten auf dem Schiff treffen. Ja. Das heißt, wir haben es direkt gleich abliefert, so. Auch die Kinsey-Mission quasi, weißt du? Sehr schön. Danach, wie viel Geld hast denn du? Äh, muss ich gleich mal gucken. Ich messe daran ja auch ungefähr mein Geld, stand mal so, ganz grob. Ich hab' vorhin zwei oder drei Updates gekauft, ne? Hm? Ich hab' vorhin auch zwei oder drei Updates gekauft. Äh, muss ich auch mal gucken, weil ein bisschen Waffen-Upgrade, ne? Muss man ja Dissert-Igel mal verbessern. Bisschen Feuerrate hoch bei dem Ding. Damit das Ding auch richtig nützlich wird. Wir müssten ja bald die nächste Fähigkeit kriegen, denk' ich mal. Eigentlich ja schon, ne? Eigentlich schon. So, ich bin auf dem Schiff. Jetzt. Ja, Siegmund, ich bin auch gleich da. Oh, ich geh' mal so lange zu Kinsey runter. Oh, nee, ne? Musst du wieder deine Ladung abholen. Ja, Entschuldigung, ich will doch ein bisschen Sex haben, ne? Ja, der Präsident, ne? Wo chillt denn die? Ach, da. Da, da, da. Komm her, Kinsey, lass uns ein bisschen Spaß haben. Kommst du her wegen der Katze? Jetzt wird gefickt. Ja, der Floschi immer. Jetzt wird gepiept. Ich hab' jetzt so, äh, 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 verstanden. Ich sagte der Floschi wieder. Ja. Da soll ich schon mit, äh, die Präsidenten, soll ich mit Cave schon sprechen? Mit, äh, David? Also mit King, Keith? Ja. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Viel erreicht. Hilf dich mit Keith auf dem Schiff. Ja, wird's auch noch mal ein bisschen Spaß haben? Hm. Wir wollten den Auftrag mit Kinsey im Arm. Genau. Warte mal, Outfit Roddy-Anzug oder, ähm, Blast-Schaden. Ja, Blast-Schaden, natürlich. So. Jetzt läuft hier, jetzt gibt's hier wieder heiße Laps-Laps-Maction. Oh, ja. Let's go. Nachdem dieses Thema erledigt wäre. Erstmal hier. Nein, wir fehlen 2000. Ach, scheiße, jetzt hab ich die Katze gestartet. Du kriegst ja sogar Bonus-Hacken-Belohnung. Oh, nice. Scheiße, ich hab, äh, ich kann durchdrehen. Du musst deine Katze noch machen. Was muss ich machen? Katze mit Kinsey reden. Ach ja, stimmt. Gesundheit-Pick-Up-Wert. Nee. Ich will doch, ich will doch nur mehr Schaden machen. Ja toll, Kinsey sagt einfach nur zu mir, dass sie beschäftigt ist. Mit, okay. Ah, trifft dich mit, ah, okay. Oh, das ist natürlich geil. Beid-Händige Maschinenpistolen. Gekauft. Munition-Maschinenpistole. Gekauft. Munition-Pistole. Ach, fuck, nicht genügend Geld. Nahkampf-Superstärke 2 wollte ich mir noch holen. Ach, genau, Überweisungen, Floschi. Ja. Muss ich nur machen gerade. Now. Sprengwaffen-Superstärke wollte ich haben. Läuft. Läuft, hast du? Hm. So. Kräfte. Ach, super, Sprint, neue Upgrades. Oh, Sprint-Tempo 3. Nein, wir brauchen noch Datensammlungen. Jep. Wir brauchen Datensammlungen. Können wir hier suchen gehen? Ist das bei Sprint-Tempo 3 noch eine Frage? Ähm. Nein. Nein. Bruder. Wir müssen noch kurz zum Waffen laden. So. Waffen laden. Waffen laden. Waffen laden. Waffen laden. Waffen laden. Oh, shit. Zu weit. Wuuu. Wuuu. Stimmt, wir wollten Datensammlungen. Hatte ich schon wieder vergessen. Okay, es wird Zeit, dass ich meine Maschinenpistolen immer ein bisschen umdesigne. Was, was mir auch auffällt? Na? Ich sollte mal... Oh, Maschinen... Mac-10 gibt's hier auch. Ne, ich nehme die Schalkämpfte. Mir fehlt Geld. Ach, die auch? Ja, 100 oder so. Aber warte mal. Anpassen. Das sind so Kack-Sachen. Ich will ja schon was ordentliches. Ich mag kein Gangland. Deswegen Tarnung. Ah, komm. Dreh, dreh, dreh. Uuuu. Ah, nein. Säure-Munition für 20.000, aber erstmal modlich für die Spreng-Muni, für die Desert Eagle. Hast du die eigentlich schon? Was denn? Die Spreng-Munition für die Desert Eagle. Ja. Okay, müssen wir nämlich noch holen. So. Ich schaffte sie schon. So, jetzt hab ich auch Supersprint-Tempo-Tempo-Tempo-Tempo-3. Hey! Hatte ich, ne? Hatte ich, genau. Und man ist jetzt einfach tödlich schnell mit den Dingen. Oh, nein! Ah, kuck. Du, wurdest gepatrickt. Ah. Jetzt gibt's wieder Anarchie, ey. Ich sollte den Schaden durch Feuer verringern. Ja, vielleicht ne Möglichkeit, wa? Ja, wäre es. Deutlich. Oh, das war ich. Waren Tempo-3 kann ich noch gar nicht. Gott, die Maschinenpistole macht scheiße, wenig Schaden. Oh, hier liegt Geld auf den Boden. Finde ich gut. Ja. 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 Ja, das ist kein Problem. Ich will aber trotzdem noch mal ein Waffen laden. Weil nun kann ich mir das Schadens-Upgrade für die MP holen. Und die Maschinenpistole an sich ist gut. Das hört sich klasse an. Sehr gut sogar. Woohoo! Ich muss mal echt mehr Waffen upgraden. Viel mehr Waffen upgraden. Machst du die Mission eigentlich auch gerade? Welche? Ich mach gerade ne Mission von Kinsey. Normalerweise machen wir ne Mission immer zusammen, oder nicht? Nein. Du musst total dran teilnehmen. Im krüppeligsten Fall. Ja, wieso sagst du denn nicht Bescheid? Das habe ich dir auch schon dreimal gesagt, dass ich mit dir geredet hatte und etc. Ja, bei mir war nichts. Das ist jetzt blöd. Das ist ein bisschen doof jetzt. Nein, ich fall wieder runter. Scheiße. Sicherheit. Zack, gehackt. Du kriegst auch, glaube ich, immer das Angebot, teilzunehmen. Ja. Oh, well. Du aktivierst den Auftrag vielleicht in deiner Auftragsliste nochmal. Machst du das schnell? Warte. Ja.